Alles Gute zum Geburtstag, liebe Sparkasse. Oh, danke schön, dass du mir gratulierst. Hast du denn noch ein Geschenk für mich? Äh, da muss ich aber mal gucken. Nein, leider nicht. Aber ein Glückwunsch. Oh, das ist nett. Du bist denn der Einzige, der mir heute schon gratuliert hat? Hallo, ich bin Ferdinand und da ist meine Frau Camilla. Wir haben gestern geheiratet, ist das nicht schön? Ja, und also, wir wollten halt unsere Kontos zusammen schließen. Okay, dann braucht ihr eure Kontonummern. Ähm, 5, 5, 6, 9, 0, 3, 3 und 5 und 4 ist 11, 99, 11, 11, 11, 21, 22, 23, 23, 24. Und welcher war ihr von wem? Äh, das war meine. Und meine ist 133. Na gut, dann ist es kürzer. Ja. So, hier ist ihre neue Karte. Müssen wir unterschreiben. Ja, und ihre neue Kontonummer ist 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 5, 8. Okay, hast du das Ding gemerkt? Nö, egal. Okay, also, wir sollen da unterschreiben? Ja. Ähm, wir haben Rufe. Ich mach das so. Okay. Also, Unterschrift, ähm, Camilla und Ferdinand. Okay. Ja, danke schön. Ähm, Tschüssi! Wuhu! So, ich bin ja. Guten Tag. Ich bin eine, ähm, Nenn? Na, Katze. Ah. Also, ich bin eine Nennin. Äh, äh. Und, ich, ich hab kein Geld mehr, um die Renten zu bezahlen, weil meine PC-Karte, die hat, die hat mir einen Hund zerbissen. Oh, das ist aber doof. Wickeln Sie denn noch Ihre Nummer? Ja. Wie hieß die denn? 5 0 1 3. Okay. Hier haben Sie eine neue Karte. Ich hab die Erstparkkarte. Oh, da muss man ja noch unterschreiben. Sie können auch eins machen. Gut. Sie ist immer gut. Ja. Aha, ich bin eine Hörer. Tschüss. Vergessen Sie die Karte nicht. Oh, Entschuldigung. Hallo. Also, ich bin eine Rabe-Socke. Wie ist denn deine Socke? Ähm, die ist weg. Weil, ich kann nicht mal fliegen. Also, ich kann nicht fliegen, wenn meine Socke weg ist. Und, ja, deswegen. Ich hab Probleme. Und ich wollte manchmal neue Socke kaufen. Aber ich hab kein Geld, wenn Mami mir das Taschenjahr so kurz hat. Weil ich, sag's mir, mich gestern heruntergehauen hat. Weil er zu mir gesagt hat, ich wäre einfach mal Rabe mit einer Socke. Okay, ich bin ja ein Rabe mit einer Socke. Ja, okay. Kommen wir jetzt mal mit dem Thema. Ich hätte gerne Geld. Dann musst du entweder einen Krippchen aufnehmen. Oder du gibst mir einen Fass. Ah, ja, dann gebe ich den Fass. Ah, so weit. Hier. Ist das nicht deine Socke? Äh, meine Socke? Ähm, nee, das ist nicht meine Socke. Das ist, ähm, das ist, ähm, deine alte Socke. Nein, das ist doch keine Socke. Hallo, jetzt guck mal, das ist mein, das ist, das ist meine Mütze. Und ich hätte mir gerne meine Socke gekauft. Krieg ich bitte Geld? Ja. Vielen Dank. Und noch was? Bekomme ich die Schere hier? Äh, nein, die gehört der Bank. Dann denke ich mir richtig. Ja, den kannst du haben. Tschüss, Lieb. Tschüss. Schussi. Guten Tag, hier ist doch die Spartasse. Ah. Äh, und was wollen Sie? Hier ist die Spartasse. Ist doch lustig. Meine Spartasse möchte mal eine Tasse haben. Ah. Äh, wir verkaufen hier keine Tasse. Aber da ist doch eine Spartasse. Steht sogar drauf. Spartasse. Tasse. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Es ist bestimmt nur ein Rechtschreibpfleger. Na ja, das ist voll. Das ist aber meine Tasse. Ach. Mensch. Na gut, dann nehmen Sie sie eben. Oh, das ist aber Kaffee drin. Oder Kaffee ist meine Tasse? Oh, ach, dann mal halt sie doch nicht ein stinkender Ding. Danke. Habe ich mich so ungeduld und mache ich fest. Keine Wunder. Wir hatten heute Geburtstag. Das ist die Kasse. Ah, die Kasse. Alles Gute ist ein Geburtstag, liebe Sparkasse. Danke. Haben Sie die andere Leute nicht gratuliert? Nein, Sie haben es vergessen. Na, das hol ich immer wieder. Wie du, es hatte doch jemand gratuliert. Ja, aber nur einer. Hallo. 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 Also, meine Mutter, die gibt mir kein Geld. Und ich will mir ganz viele Lollys kaufen. Meine Mutter will mir keine Lollys kaufen. Und sie gibt mir auch kein Geld. Und, ja, also, bekomme ich bitte ein bisschen Geld. Weil meine Mutter gibt mir keine Lollys. Die, äh, ja, da kriegst du eine Kreditkarte. Na gut, du kannst hier eine Kreditkarte machen. Ja, bitte. Danke schön. Ähm, Mami, ich will nach Hause gehen. Ist ja gut. Schau mal auf. Ich habe ein Typ. Was weiß ich. Uff. Die möchten gleich da sein. Ich habe nur Kattrohunde hergespielt. Hallo. Da sind wir. Na bitte. Hallo. Alles so gute zu dem Geburtstag, Katze. Ich habe wirklich, äh, Katze. Tut mir leid. Ich habe das wirklich vergessen. Es tut mir so leid. Alles so, was für Geburtstag. Oh, ja schon. Kamilla, mach mir Platz. Hallo, oh liebe, oh liebe Kasse, ich wünsche dir alles, alles für den Geburtstag. Ach, nicht alles. Ah. Ah, ja. Also, mit der Socke hat dann doch nicht geklappt. Hätte ich jetzt gern, ich hätte jetzt gern gesagt, ich habe das Geld wieder. Löst. Hallo? Morgen, heute ist der Kasse sein Geburtstag. Das ist doch. Diebstahl. Genau. Morgen, morgen. Hallo. Oh, nein, da kommt die Polizei. Na ja, also, oh, liebe Kasse, alles gut ist zum Geburtstag, zum dritten Mal an der Mutter. Da kommt ja die Masse. Oh, ja, liebe, liebe Kasse, ich wünsche dir von ganzem Meer, alles gut ist zum Geburtstag. und jetzt feiert mir eine Party. Juhu. 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 Kannst das Geburtstag? Ja, ich bin so legt. Ich bin so ein Augenmerk. Wooo. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Kann ich ja schon nehmen. Ich bin jetzt hier. Alles Gute? Ja! Ha! Ha! Nicht, die Friere kann Ihnen ausgefallen. Dann fallen Sie jetzt doch mit. Vergessen Sie! Mein Weg wird weiter feiern. Ich werde gehen. Oh ja! Gut! Ich gratuliere, du, der Kassel... äh Kassel. Alles Gute zum Geburtstag! Oh, Bea, ich wollte dich dann immer mal umarmen. Oh, du bist ja so weit. Ah! Komm, guck uns jetzt. So! Guck mal, lieber Schwager. Da ist noch jemand.